so dann schauen wir mal müssen szenario 2 auch wieder schaffen warum es mal ein felsennest und damit mal ein paar rocks dann ein paar halblänge die feuerstelle hier mit einige magier viele ranger uns das mal das ist schon mal gut aus so zack viele zentauern die mit so das gold viele orks ist auch nicht so gut langsam haben wir das ist das ist das haben wir viele orks mehrere großelfen so des wollen wir haben so die kristalle hier mit 1000 xp ein glück so die statue so da kommen schon die ersten neue woche waren hier ein paar ein paar halblinge ein paar rocks zusätzliche halblänge kann auch nicht schaden so so gehen wir mal langsam zurück die tg-elfenbein Tom so Oh, eben kann ja noch kaufen vernünftet euch ruhig gegenseitig habe ich kein problem mit so und so ich brauche dringend steinmene viele orks speichere jemanden der stelle was war das jetzt gut so stopp leg dich nicht mit schien hier lasst meinen magier in ruhe pisse man ja 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 dann haben wir uns wieder ok ok oh ja sorry dass die aufnahme jetzt gerade einfach gestoppt ist ich hatte gerade einfach nur das nasenbluten der hölle einfach so keine ahnung zackst du gemütlich und dann tropf tropf schreibtisch kisch ins bad denkst du ja komm wisch das kurz weg und zackst du weiter ja scheiße was zehn minuten lang hat die scheiße geblutet ich habe das halbe waschbecken geblutet ja gut ja warum auch immer einfach so füllen sich jetzt strange an dem linken nasenloch war so das mal ein sollen wir das mal ein mal gucken was wir hier haben großartig bauen kann man eigentlich nichts gescheites das war ja ja so jetzt haben wir uns mal kurz neue einheiten ab und dann fahren wir wieder ein bisschen weiter davon ein paar und 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 davon ein paar die 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 Hmm. Hmm. Halt, jetzt kommen sie aber alle auf einmal hier. Mehr, mehr. Mehr, mehr. Mehr, mehr. Mehr, mehr. Mehr, mehr. Mehr, mehr, mehr. Ich muss mich doch wieder über einen Bauern reden, das hat sonst echt kein Wert. Vielen Dank. Meine. So, dann mal los. So. Und los geht's. Und drauf. Tötet sie. So, mit Glück. So, mit Glück. Und drauf. Und drauf. So, mit Glück. So, mit Glück. So. 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 Oh yeah. drauf. Zack. So. 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 So.